Soll ich das sagen? Ja! Unser Eric! Im Pfeil? Oder im Pfeil? Ein Pfeil! 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 Undecided, was so viel heißt wie unentschlossen. Der Song handelt von einer Frau, von der ich sehr angetan war. Und die sich vor lauter Verehrern leider gar nicht für einen wie mich entscheiden konnte. Es ist also ein Schmacht-Song. Viel Vergnügen damit! Ein Pfeil! Ein Pfeil! Ein Pfeil! Ein Pfeil! Okay. Ich hatte meine hjälp. Ich verkoze meine Liebe. Ich befehle sie meine かst Feuer. Die war nochnd Covid-19. Wird sie wirklich Myra's, I wish them far away, she is still undecided, yet we would go so well together, just like Pencils and MC Asher, we would go so well, we would go so well, yeah, we would go so well together. She's got her principles, one of them in process, she is so disinclined, I go back to the roots, I'm the one for her to choose, but she is still undecided, yet we would go so well together, Just like Light Barrow and Bonnie Parker, yeah, Bonnie and Clyde, you know, yeah, they go so well, you know, they go so well, yeah, they go so well together. I wish the flower water could contain my sorrows, I'd let them vanish down the drain. I wish the flower water could contain to end the strain. Yeah, we would go so well together. Yeah, we would go so well together. Just like Pencils and MC Asher, just like Mr. and Mrs. Just like Radford's and Lux of Kisses, just like John Paul George and Ringo, just like Curtis and Andrew Skinko. Yeah, we would go so well together. Yeah, we would go so well together. Yeah, we would go so well together. Cool. Okay, yeah, we would go so well together. Yeah, we would go so well together. Eric! Ungefähr 90% der Menschen, die gerade hier sitzen, haben gesagt, ich bin aufs Klo, ich bin aufs Klo. Eric, Tessa, Tessa, Eric, Eric, Tessa. Voilà. Oh, sorry. So wie Oldfield. Ja, Oldfield war, glaube ich, auch ein Songwriter, ne? Verstehe schon. Aber er meinte, es hört sich gut an Französisch. Ja, darfst du es nochmal aussprechen? Enfie, habe ich das gesagt, aber ich hatte keine Ahnung. Pourquoi? Komm, ich lasse dich da an, ich lasse dich alleine, komm. Ja, natürlich, setz dich ruhig da. Das mache ich auch wirklich jetzt, weil das ist jetzt eine Ausnahme. Weil... Madame, do you want some schnittchen for you and your guests? Ja. Ja, auf euer Wohl, ja, ja. Ist das dein Typ, Tessa? Ah, legal. Ich hör mal weg, ich hör mal kurz weg. Wie jetzt? Naja, ähm, du bist ja, du hast dich ja quasi gerade...